Und damit seht ihr willkommen an alle Chikos und Chikas draußen, der ist geiles Verstattung in seiner Erinnerung. Let's Play! Oh, scheiß Gott. Naruto, Ultimate Ninja Storm 4. Meine Wand steht nicht richtig. Jetzt müssen wir jetzt mal meine Wand richten. So, jetzt haben wir das auch mal. Na, Roto drückt ein bisschen Buzzer. In kurzem Sammlung Abenteuer, Story Modus. Und entschuldige mich für meine rare Stimme diesmal, aber ja, dies ist ein bisschen weg. Heute Morgen hat sie sich komplett anders angeratet, aber jetzt ist auch egal. Ja, damit... Ah! Ah! Was ist los? Oh, ich übersteuere das Mikro ziemlich krass, merke ich. Okay, das ist immer ganz gut, dass man so eine kleine Zwischenansage bekommt von dem Spiel. Weil ich... Ich wüsste mich jetzt nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich muss mal kurz, ähm... Pegel ein bisschen runterdrehen. Aber es scheint immer noch in Ordnung zu sein! Ja, das ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen besser. Ähm... Aber wir hatten immer noch diese kleinen Zwischenmissionen, wie man da unten sehen kann. Und ich würd sagen, ähm... Das haben wir uns ja angeguckt in Vorschau, wenn ich mich recht entsinne. Und starten mit... Die Vereinigte Front. Team 7 vereint. Das heißt... Es geht dann so aufs Ende vom Ninja Krieg zu. Das heißt, ich ziehe es durchs Spiel als erstes. Und dann auch erst durch die Serie. Scheiße. Ich kann mich doch zu sehen, wenn ich so. Ich kann mich doch zu sehen, wenn ich so. Kichkanee na... Das war's für heute. Nein. Das ist gut, Herr Vater. Der Ruhige, das ist sehr schnell. Der Ruhige. Du bist der Ruhige als ich. Okay! Wir beginnen! Wir sind alle! Hä? Hä? Hohka-ge-sama? Warum? Orochimaru hat mich gebeten. Wenn ich den Krieg verletze. Also, wirklich? Ja, alle wissen uns. Es sind die Hohka-ge-same. Ich bin froh, dass ich dich zurückgekehrt habe. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, du bist noch ein paar Mal. Nee? Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. NARUTO, du hast gut gemacht. Du bist ein wenig, bitte. Du bist auch in der Zeit. Du bist auch ein Begegnung. Du bist auch in der Zeit. Jetzt... ... 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 Mein Vater ist echt großartig! Ich verstehe das, was du von dir verstanden hast. Das ist das Wachstum. Das ist das Wachstum. Ihr seid ihr? Nienpo! Ssegi-Ou-Zin! Das war's für mich. Das war's für heute, Sasuke. Sasuke... Das ist Sakura. Was ist das? Sie sind wirklich Sasuke-kun? Was ist das? Was ist Sasuke-kun hier? Was ist das? Es gab viele Dinge. Aber ich habe entschieden, dass ich die Stadt zu retten. Und ich bin... 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 Wurdeuer das Tiefeur-kunst. Das ist okay, Wanna Yochen undoe... Das war's für mich. Oma Ereignis die Stinsel die Banken und die Schachtel und die Strecke und Mannheim und im Gegensatz der Lernerin zugehört das war kein interessiert das ist ja das ist ja immer dazwischen um ja das ist ein Ich bin so voll mistig, aber schaust es, das fehlt. Was? 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 Das ist das nicht. Um... Okay. Okay. Das ist ja dann, Sasuke! Gut. Okay, so... Das ist das die Schöne-Ven-Sin. Mein Schöne-Ven-Sin wird die Schöne-Ven-Sin ein durchgeführt. Die Schöne-Ven, die alle Kraft zu erzeugen und die Schöne-Ven. Gehen wir! Wir müssen ja so einen Epic-Kampf machen oder was. Guck mal, Trolle haben sie auch. Aber eine Schnecke. Warum eine fucking Schnecke? Es macht keinen Sinn. Okay, 5 mal kleinen Doppelgänger. Das 10-Schwänzigen zerstören. 7500 kleinen Doppelgänger. Das 10... 1000 kleinen Doppelgänger. Das war mit Hilfe, den Nio zu treffen. Ach du Scheiße. Auf Geheimfaktor können wir hier freischalten. Ey, jetzt halt so ohne Witz. Im Übrigen, das ist nicht mehr... Ähm... Das ist nicht mehr Dingens hier. Äh, äh, äh... Der eine Frosch sozusagen von... Ähm, schlafen wir zu der Erste, sozusagen. Sondern, äh... Der kleine Bruder, sozusagen. Oder der kleine Sohn von dem Riesentypen. Von dem Riesenfrosch. Ich weiß nicht mehr, Kaguwa oder sowas. Ich kann mich mal auf den Namen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Oh, zack. Es wird immer epischer, Alter. Genau, Gamakachi. Hals Richtung. Ja, immer mal so ein Instant Kill mit den ganzen Viechern, Alter. Was weichen? Was weichen? Ich ball einfach irgendwo hin. Händen sind auch, weißer. Oh, what the fuck, wie viel sind das denn? Jetzt du, Saske. Ich bin einfach nur draufgesprungen, Alter, was los? So, ich will eigentlich... So, ich will eigentlich... Alter, wir haben schon fast 4.000 von diesen Drecksfüchern erledigt. Was sind denn denn die Tippen hier? Wenn die sterben, ausweichen. So. Oh, ich will jetzt nicht mehr gefährlich bleiben können, sind die Großen. Und, äh, natürlich die Attacken hier. Wie siehst du auch nicht zugerannt kommen, Alter. Und, äh, natürlich die Tippen hier. 5.000 Kält-Doppelgänger erledigt, Alter. Und jetzt zu Saske. Los. Schön mit der Schlange. Allein die Beschwörung von Sascha Hat ihn halt schon Ein paar Leute killen lassen 6.000 dieser kleinen Bieste Fertig gemacht, Alter Es ist so krass Es sind einfach immer E-Bücher Oh, shit So, wir laufen einfach mal hier drüber Ich muss noch Haufen, weil sie von diesen kleinen Biesten hier töten Oh, das ist so Sakka Selbst deine Scheiß-Dingens ist unnötig Hey, domen! 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 Oh, haha Oh! Die Scheiß-Dingens-No